willkommen zurück zu einer weiteren folge dragons dogma auf der switch und wir finden uns hier im lager wo wir zwei aufträge angenommen haben mit einer räuberbande einer gilde die uns gesagt wir könnten einen hier drin im lager ein verräter finden oder eben eine ganz andere diebesbande ausmerzen das natürlich fest wir machen wollen jetzt aber nicht sofort machen denn jetzt ist wichtig dass wir zu diesem roten punkt abkommen wir lassen uns zu sehr ablenken im spiel merke ich immer machen dies und das und zack so wie erst mal hier raus versuchen jetzt mal dahin zu kommen zu unserer eigentlichen quest die wäre was wir hier waren das genau die besetzte festung wollen die kobolde das sind die lindwurm sozusagen fest und das wollen wir ja machen natürlich ein paar wölfe die 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 Ah, die Bastard ist sauf. Gut. Sehr gut. Da sind viele Wölfe wieder, ne? So. Kommt mal mit. Die Wölfe müssen wir auch langsam mal hinter uns lassen. Hier, das nervt. Einsam nerven wir so ein bisschen. So. Das sollten alle gewesen sein. Hier sind wir noch mal ein. Dann geht's hier runter jetzt endlich. Oh, guck mal, hier die noch ein bisschen Fleisch. Gut. Oh ja. Regenere mal meine Gesundheit. So, dann müssen wir in diese Richtung geht es. Oh Gott, auf die Karte. Dann weiß ich nicht, wo wir sind hier genau. Ähm. So, aber es sieht doch schon ganz gut aus. Mal auf Kranzis gucken. Geht's in diese Richtung weiter? Ist doch schon mal gut. Wird schon alles richtig sein. Gehen wir weiter. Wir gehen auch im Weg längs. Oh, nicht zu schnell. Was ist denn da? Oh. Da komm. Der Schwanz ist abgetrennt. Alter, Echsen-Schuppe, okay. Da sind wir einige von den Büchern. Ach, guck mal, sobald man... Ach, von hinten kann man den Schwanz gleich... schon gleich abtrennen im Schwanz. Gut. Ah. Da sind sie echt sehr anfällig für... Ich glaub meine... Leider ist meine Lampe aus. Take care, you are in soap and water. Anytime. It's just. Halt Dragon is back! Slay them one by one! Tee the seven! So. Liegt noch was? Hey, wie viele sind denn hier? Ich bin leider sehr erschöpft. Oh. 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 mein gott ein ambisante rauferei sagt sie na gut gut hier mal wie bei einige abgeschlachtet aber ich glaube meinen ich habe mein lamp ist alle das ist dann so langsam tag aber wir müssen jetzt in die richtung weiter müssen ja irgendwie dahin wieder direkt hinkommen um längs ich weiß noch schnell so wir gucken hier ich glaube können wir müssen die richtung hier kommt alle mit gehen in die richtung passen hier und berls nichts und jetzt da hoch oder außen rum gehen da ist die frage gibt es auch hoch ob mich wieder maß rum anlaufen wir müssen uns unsere energie müssen sparen und ausdauer lager greifen jetzt nicht an wir gehen hier an der seite vorbei ein paar kobolde wieder das ist ein stärkerer brisant nicht groß für einen kobolder stand er war echt ein bisschen riesig aber ich glaube das war einer von eine kobold bloß ein bisschen stärker halt ja kommen wir hier längst die müssen herausfinden was das für eine ist oder was vielleicht mit kobold verwandt man weiß es nicht was so cool dass sie sich unterwegs erfahrungen sammeln auch auch noch darüber reden nach dies und das diesen bildschwein ein ziegel den kann man immer gebrauchen wir müssen in diese richtung auf jeden fall oder hoch oder müssen wir diesen berg umlaufen ich glaube wir müssen den berg umgehen kräuterkundiger auch nicht schlecht wahrscheinlich kann man die häuten oder so und vielleicht muss man dafür irgendwas lernen oder so ich weiß es nicht jemand dressieren über pilze nehmen wir mit wieder ein paar kobolde oder so viele kobolde ist ob man die oben reisen möglich wäre aber in die richtung also müssen wir irgendwie hoch und hier runter einen kleinen schlenker wo längs wo den wir uns da oben kommen wir gehen hier längs kommt mit bei glücken wir können die ein bisschen oben gehen viele sind die monstern die monstern die monstern die monstern die monstern hier unten rum und dann da hoch vielleicht probieren es mal ok da ist ein einfach mal ein eh eben kann was es ist ein ziegen ach so gegen den haben wir schon mal gekämpft den platt kriegen so schnell das glaube ich nicht ich habe das auch schon gesehen das den wir schon mal hatten wissen wir können beginnen aber da waren wir auch mit stärker da habe ich da habe ich kein leben mehr gesehen na danke dafür du ziegenschlangen löwe ja ärgerlich jetzt muss aber nichts schlimmes heißen oh es heißt doch was schlimmes wir sind ganz im arsch der welt wieder naja nicht so wild wir rennen einfach wieder raus hier und wieder hoch wir wissen ja ungefähr wo wir längs gehen sollten und das ding umschiffen wir jetzt die blöden wölfe noch mal machen das ist ja wirklich ärgerlich hätten wir gespeichern sollen vorher die blöden wölfe können wir umgehen wir müssen auf jeden fall kommen wir nochmal diese blöden quarkpücher auch umgehen übernacht gehen geht nicht wir müssen diese quarkpücher hier machen glaube ich gibt ja auch erfahrungspunkte die nehmen wir jetzt mit das ist ein das ist ja das ist ja das ist ja ich bin letztes mal besser vorbereitet die schwänze ich kann mich heilen jetzt seid ihr dran alter der tritt mich aber nur weg die sau der pfeil ab hier komm schon ein fischer augenstein na Ah! Oh nein! Heile mich mal, genau. Oh! Oh, 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 oh! Wir werden mal wieder heilen hier. Oh Mann, das war letzte Kampf viel leichter, da war ich besser geschützt. Jetzt bin ich so geschützt. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Bitte! Ich kann immer noch fighten! Streich die Hände! Ich werde ihn blinden! Ich werde deine Hilfe rettieren. Hold on. Any that will target the Arisen are mine. Best to sever die Hände! A Spell of darkness will blind them! We need best to sever the Hände! So komm her! Alter! Das ist nicht die ganze Zeit. Oh! So. Aber jetzt müssen wir uns mal auf die Reise wieder machen. Dann müsst ihr auch bald hell werden, oder? So. Mann, Mann, Mann! Hier längs. So schicken wir so ein bisschen. Mal vorgab haben. Wir können zwischendurch mal speichern. Macht ja vielleicht Sinn. Wenn nicht wieder gleich alles von vorne machen müssen. Jetzt noch nicht, glaube ich. Vorsichtiger. Ja. Ein Goblin. Hält der ihn fest zu nicht? Das ist ein kleiner Typ. Und die Erde, dass er ihn festhält, oder? Das ist ein kleiner Typ. Das ist da ziemlich cool. So. Das stimmt für mich heiße. Ich kann das mal Pome heilen, ne? Das stimmt für mich heiße. Was ist das für ein Goblin? Was ist das für ein Goblin? Das ist alles? Kommt, hier links. Was würdest du erwarten mit meiner Hilfe? Wir müssen ja mal meine Quest beenden. Wir sind mal dahin. Es ist eine sehr unterschiedliche Krise aus dem Kapiton. Vielleicht ist es ein normales Essen. Ich bin mal Appel hier. Komm, wir gehen hier links. Ist er hier hinten rum? Ich hätte Rache, dann sind wir doch hier links. Wir speichern nochmal. Drache, ich meine diesen Löwenkopf da. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier, hier. Wir sind eine große Krise. Hier sind alle Geschwindig. Wir sind die Krise. Jetzt bin ich ein Gemüter. Ich bin ein Gemüter. Ich bin ein Gemüter. Ich bin ein Gemüter. Das ist ein Gemüter. Wir sind ein Gemüter. Oh. 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 Das waren zu viele. Eieieieiei. Ist das wirklich zu viele? Wir haben ja gespeichert gerade vorher. Das bin ich ganz so wild. Hm. Die Straßen sind einigermaßen sicher und frei von Munzern. Wir müssen uns doch ein bisschen an der Straße halten mal. Der Rest ist doch ein bisschen holprig und schwierig. Kommt hier, gehen hier längs. Gehen möchtet wirkliche Straße nach. Und hier in die Richtung hier. Warte, guck, warte mal. Wir könnten der Straße folgen. Ich glaub schon, wir folgen mal der Straße. Gucken wir, ob wir da irgendwie... Ah, können wir da jetzt hochkommen? Probier uns mal. Oh. 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 Okay. viele von den lagegeistern war welchen weg links oder rechts auf die karte gucken nach rechts gehen eigentlich nach wo zu kommen oder gespannt darauf haben wir rechts oder links und probieren hier längst aber der besprecher noch mal vorher sicher so hoch zu gehen so viele wo wir kommen weil der west echt habe ich mal bessere waffen langsam aber gleich rufen ich werde viele jetzt kurz dann auch noch nicht sehr gut und ich mache jetzt auch gut wir gehen jetzt hier hoch das ist ein gefährlicher beschwerlicher weg oder mal ganz im ernst das für eine quest sie noch schnell platt machen und ich trage hier längst gott wird auch hell schon mal gut wir müssen wir hier sehen wo wir landen er sieht aus wie eine falle da oben aber werden wir gleich auslösen bei ihnen da nicht was geben was nicht stein überrollt worden so so hinkommen in die richtung eigentlich hier längst wenn wir nicht da hinten ist einfach mal ein scheiß drache gut echt eine lange reise ne mein gott hinten ist einfach ein drache ich werde drachen besiegen auch nicht glaube ich zumindest nicht wenn es noch ein riesen freundlich ist ein böses lager was glaubt ihr hier gehen wir da hin gehen wir gut ein erstes lager ich glaube wir schlagen wir unser rastlager auf unser lager auf das war ein bieten leute hilfreie dienstleistung auf zeltplätzen überall im grans bisa sprechen wir nicht um fertigkeiten und laufbahnen zu kontrollieren sowie gegenstände einzulagern hier hier ist der schul ist wissens hier 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 k zum morgen gut und das war's auch für heute vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wieder Bis dann, tschüss.